Aloha und weiter im Text mit Pengu Wars. Wir versuchen eine weitere Runde mit unseren kleinen Pinguinen. Und ich muss gleich zu Anfang sagen, dass es sehr laut ist. Ne, dass ich aufgrund der Klausuren eben sehr wenig Zeit hatte und dementsprechend auch wenig gearbeitet habe. Ja, Quatsch, wenig aufgenommen habe, gearbeitet habe. Wow, das ist noch etwas sehr laut hier. Wow, ouch. Ja, ja, Moment, Moment, Moment. Dann machen wir das anders. Und was denn? Da. Viel besser. So, ich musste mal kurz verhindern, dass mir die Ohren wegfliegen. Aber ich hoffe, mein Mikrofon ist laut genug, das zu übertönen. Oh, oh. Ah, okay. War gut. Super. Super. Ja, was ich eigentlich sagen wollte, ich habe lange nicht mehr Pengu Wars gespielt und ich muss erst mal wieder ein bisschen reinkommen. Aber ich habe mich jetzt schon dazu entschieden, dass ich es ab sofort, wow, so machen werde, dass ich, ähm, die... Oh Gott. Oh Gott. Dass ich immer eine Runde spiele. Also, einmal so durchzuspielen. Und wenn es nicht funktioniert, gibt es halt beim nächsten Mal wieder ein Part. Hmhm. Das dürfte also, glaube ich, die ganz humane Lösung sein. Wenn ich es denn jemals schaffe. Das ist natürlich die andere Frage. Die sicherlich um... Oh, fällst du noch? Yay! Sehr schön. Äh, die sicherlich auch um einiges interessanter ist. So, vielen Dank. Jetzt habe ich es auch endlich raus, wie man die, ähm... Spezialfähigkeit... Hallo Zug! Wie man die Spezialfähigkeit der Pinguine nutzen kann. Das funktioniert nämlich mit einem einfachen Klick und nicht mit einem Doppelklick. Hm. Aber das wusste ich nicht. Huch! Ich hätte schon gern gesehen, was ich gerade geschafft habe. Naja. Aber den einen habe ich gekriegt. Das habe ich noch gesehen. So. Wird das was? Das wird was. Super. Ja, und wenn man die Spezialfähigkeiten der Pinguine nutzt, ähm... klappt das alles auch gleich viel besser. Nicht wahr? Gut. Das war auch schaffbar, wenn ich mich recht erinnere. Huch! Ach, der lässt Pinguine fallen. Okay. Ah, nein! Komm zurück! Shit! Mist! Nochmal! Das kann man aber auch irgendwie gar nicht erkennen. Hä? Jetzt? Ich... Ich... Ich frag einfach gar nicht. Ich frag gar nicht. Halten wir fest, dass ich einen Versuch verschwendet habe. So, das war auch... Ja, mit dem ist das durchaus machbar. So. So. Biu! Bababababababam. Zum Glück muss man sie nicht alle berühren, um das zu schaffen, weil dann hätte ich, ich glaube, schon längst verloren. Oh Mann! So. Die zwei... Äh, die drei. Die kriegen wir, glaube ich. So. Er kann nichts. Toll. Ich hätte gerne gesehen, ob ich jemanden getroffen habe oder nicht. Okay, das wird wieder nichts. Mist. Nochmal. Oh Mann! Das läuft jetzt nicht ganz so schön. Aber jetzt ging's wenigstens. Ich hätte ja gerne mal, ähm... Nee, ist schon gut. Ich muss, glaube ich, selber nachgucken. Welcher Pinguin was kann? Hätte ich gewusst. Weil wenn ich's jetzt auspupiere... Äh... Also der hier kann nichts. Das war... Das habe ich festgestellt. Ich muss einfach mal in die Optionen gucken. Vielleicht steht's ja da drin. Ich meine, die Anleitung hat uns ja... schon Dinge erklärt. So, komm, mach... So, mit dir konnte man was machen. Nämlich drei teilen. Das gefällt mir. Das gefällt mir sogar sehr gut. Yeah. Level 11. Dann schauen wir mal. Okay, der kann auch nichts. Also Doppeltklicken bringt mich ja wieder zurück an den Anfang. Aber das bringt mir nichts. Oder das ist ziemlich bescheuert. Weil ich ja gerne sehen will, ob... Also, ob die Laufbahn, die Flugbahn zu weit war oder gerade richtig und so ein Zeug halt. So. Huch. Was war das denn? Das wollte ich jetzt aber nicht, ne? Ich hätte jetzt am liebsten gesagt, das musst du jetzt richten. Aber er konnte nicht mehr richten. Wie ist das denn passiert? Du wirst jetzt ihn ruhig runterschmeißen können. Mist. Bitte, 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 triff! Super. Oh Gott. Das wird doch nichts. Wir haben doch nur noch einen Versuch. Ne, eigentlich zwei, oder? Den Fisch dürfen wir noch verbraten und dann noch einmal und dann haben wir nichts mehr. Naja, wir werden sehen. Mh. Oh Gott. Nein, 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 nein. Oh Gott. Ich dachte, das wird nichts mehr, weil er tiefer geflogen ist. Mh. Ich hab Angst. Ich möchte das gerne durchgespielt haben. Obwohl es traurig wäre... Ne, traurig wäre es nicht, aber... Irgendwie schade, wenn das Projekt nur so wenig Videos hätte. Aber es wäre halt ein Wochenendprojekt, ne? Nicht so wie The Blob, der dann... Weiß ich nicht, wie lange läuft. Obwohl The Blob ja viel Anklang gefunden hat, muss ich sagen. Jetzt hätte ich beinahe auf Reset gedrückt. Aber da wird man ja vorher gefragt, oder? Ich hab vorher noch auf Reset gedrückt. Warum hab ich mir das nicht gemerkt? Egal. So, da hab ich doch bestimmt genau den hier. Wo ich mich noch gefragt hab, wie ich das mit dem alleine machen soll. Ja, nämlich so. Nutzen der Spezialfähigkeiten, Sharon. Nutzen der Spezialfähigkeiten. Super. Okay. Wieder nur einer. Und der hat keine Spezialfähigkeit, ne? Oh Gott. Ich hab's nicht gesehen, aber egal. Pff. Hm? Da flog er vorhin auch hin. Mist. Oh Mann. Hi, ihr zwei. Okay. So. Wow. Getroffen. Wie gut. Das war mehr Glück als Verstand, muss ich dazu sagen. Wirklich. Okay. 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 Zwei Pingus. Okay. Fall um. Fall um. Es bewegt sich noch, ne? Ich drehe mich erst weg. Wenn... Oh, komm. Fall. Stürze. Ich hab's geschafft. Die sind weg. Jo. Haha. Cool. Ich hätt vielleicht mal gegenpusten sollen oder so. Warum hab ich grad das Gefühl, dass es schneller geht als sonst? Vielleicht, weil ich die Spezialfähigkeiten der Pingus nutze. Oh Gott. Das schaff ich doch nicht. Oh. Fall. Cool. 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 Leute. Hm. Ich bin total begeistert. Ja. Oh, oh. Und das sind welche ohne Spezialfähigkeit. Huch. Da ist einer verschwunden, ohne dass ich angegriffen hab. Also, das hat man gehört, dass da Tchup gemacht wurde. Also, ich meine, ich hab nichts dagegen. Huh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Alles Pingus ohne Fähigkeiten. Wenn ich mich recht entsinne. Auch den hättest du kriegen können. Machen wir ein bisschen höher. Okay. Stupse ihn an den... ihm an den Kopf. Ja. Schade. Ich dachte, da passiert jetzt noch irgendwas megatolles. Oh, oh. Ah, nee. War gut. Super. Ich freu mich. Läuft nicht zu schlimm. Okay. Oh, oh. Oh Gott. Oh Gott. Oh, oh. War gut. Lief gut. Ich weiß nicht, was ich noch groß sagen soll, außer lief gut. Weil ich versuch, mich grad zu konzentrieren. Ich hab nämlich keinen Versuch mehr und das ärgert mich. Oh Gott. Ich glaub, das war's, Leute. Ja, das war's. Jo, das war's. Gut. Das war's mit diesem Part von Pengu Wars. Wir sehen uns im nächsten Part von Pengu Wars. Wieder. Oh, worry. ных. Bis zum nächsten Mal.